Eine wichtige Frage ist für viele der Umgang mit Umfragen in Zoom-Konferenzen. Wie können wir in einer laufenden Videokonferenz Umfragen planen, durchführen, organisieren? Wie können wir für künftige Videokonferenzen Umfragen planen? Und genau darum geht es in diesem Video. Wenn wir Umfragen für künftige Meetings planen wollen, dann schauen wir uns am besten die gesamte Meetingplanung an. Das heißt, wir locken uns ein unter zoom.us mit unseren Benutzerdaten und unserer E-Mail-Adresse und dem Passwort und klicken dann hier links oben auf Meetings, damit wir in unseren Meeting-Bereich reinkommen, wo wir sehen können, welche Meetings wir schon alle vorbereitet haben und auch welche stattgefunden haben. Und für dieses Video starten wir jetzt ein neues Test-Meeting oder die Planung hierfür, wobei wir jetzt nicht auf die ganzen Optionen und Einstellungen bei der Meetingplanung eingehen. Dafür gibt es nochmal ein weiteres Video. Ich scrolle jetzt einfach mal runter, klicke dann hier auf Speichern und in dem Moment kann ich in diesem Test-Meeting auch schon neue Umfragen anlegen und planen, indem ich nämlich runterscrolle und dann hier im Bereich Umfrage einfach auf Hinzufügen klicke. Dann öffnet sich jetzt die Eingabemaske und ich kann die Umfragen eingeben. Zuerst wird nach einem Titel gefragt. Bei dem Titel, der ist erstmal für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unwichtig, weil die den nicht sehen. Der ist allein dafür da, für meine Orientierung, wenn ich in einem Meeting mehrere Umfragen anbieten möchte, dass ich da nicht den Überblick verliere. Anonym. Letztendlich alle Umfragen sind für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anonym. Das heißt, keiner kann sehen, wie der oder die andere abgestimmt hat. Darum geht es hier aber auch nicht, sondern hier geht es darum, ob die Umfrageergebnisse im Meetingbericht auch nochmal mit aufgelistet werden sollen. Der Meetingbericht ist nachher auch eben nur für den Administrator des Zoom-Accounts dann auch zugänglich. Wenn wir das nicht wollen, einfach hier den Haken setzen und können jetzt hier die Frage eingeben, die wir stellen wollen. Eine beliebte Frage meint Veranstaltung ganz am Anfang nach der Sozialform. Das heißt, wollen wir das Veranstaltungs-Du verwenden oder lieber das Sie? Es sind einfach oft Unsicherheiten, wenn sich vor allen Dingen schon viele kennen. Kann man am Anfang mit so einer kleinen Umfrage ganz schnell Klarheit, vor allen Dingen auch Sicherheit, versorgen. Das heißt, wollen wir das Du verwenden? Dann gibt es die Möglichkeit Single-Choice oder Multiple-Choice, also eine Antwortmöglichkeit oder eben mehrere. Hier ergeben natürlich nur Ja oder Nein Sinn. Ich habe aber bis zu zehn verschiedene Antwortmöglichkeiten, die ich jetzt eingeben kann. Auch kann ich auch noch weitere Fragen hinzufügen, sodass im Prinzip mit einem Umfrage-Durchlauf mehrere Fragen auch gestellt werden können. Ich klicke auf Speichern und in diesem Moment ist jetzt die Umfrage im Meeting geplant, damit verankert. Und wenn ich das Meeting jetzt öffne über die Zoom-Software oder hier über Starten, steht die Umfrage zur Verfügung. Und dafür schalte ich jetzt mal gerade um in die Zoom-Software. Die soeben erstellte Zoom-Konferenz wurde nun geöffnet, findet hinter mir statt, allerdings ohne Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was aber auch nicht wirklich entscheidend ist. Wenn ich als Host oder Co-Moderator die Umfrage jetzt starten möchte, wähle ich einfach hier Abfrage und kann mit einem Klick auf den Button Umfrage starten, die Umfrage nun zur Verfügung stellen und durchführen. Sie wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern angezeigt und ich sehe dann hier oben, wie viele Personen abgestimmt haben, wie viel Prozent und ich sehe auch schon hier direkt die Ergebnisse. Wenn die Umfrage beendet ist, klicke ich eben auch auf Beenden und kann jetzt entscheiden, ob ich die Umfrageergebnisse den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Verfügung stelle. Denn im Moment sehe nur ich die Umfrageergebnisse. Es gibt natürlich auch Wahlsysteme, da kann ich jetzt auf Neustarten klicken, das heißt einfach so lange abfragen, bis das gewünschte Ergebnis da ist, soll es ja vielleicht auch geben. Ich klicke auf Resultate freigeben. Die Ergebnisse der Umfrage werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern angezeigt. Danach auf Freigabe beenden und der Umfrageprozess ist nun ja erfolgreich vonstatten gegangen. Ich habe jetzt aber auch die Möglichkeit, spontan neue Fragen in einem laufenden Meeting hinzuzufügen. Und dafür gibt es hier oben diesen Button Bearbeiten. Wenn ich nämlich hier draufklicke, dann öffnet sich der Browser mit einem uns doch sehr bekannten Fenster, denn hier haben wir vorhin auch schon eine Umfrage erstellt. Ich gebe jetzt hier einfach mal Test 2 ein, eine neue Frage, wie ist das Wetter, wunderbar oder schlecht. Wir nehmen jetzt einfach nur diese beiden Möglichkeiten. Ich klicke auf Speichern und genau in diesem Moment kann ich jetzt hier die Umfragen aufrufen und habe jetzt hier ein kleines Dropdown-Menü, wo ich jetzt diese zweite Umfrage einfach auswählen kann. Und wir sehen, die Wetterumfrage, die kann jetzt auch in der Situation spontan durchgeführt werden. Das funktioniert sehr gut, sehr unkompliziert. Und die Ergebnisse dieser Umfragen, die können wir uns nachher über den Browser auch nochmal anzeigen lassen. Dafür schalte ich nochmal zurück in den Browser. Diese Ansicht kennen wir auch vorhin. Wir sind jetzt in unserem Benutzer-Account mit drin und hier oben auf Meetings haben wir jetzt hier, wenn wir auf Meetings klicken, die entsprechende Übersicht. Wir sehen jetzt hier das Test-Meeting, das findet jetzt gerade statt, weil jetzt hier ein rotes Kamerasymbol nebendran ist. Ich klicke hier drauf, scrolle runter und dort, wo ich vorhin die Umfragen erstellt habe, kann ich mir nun auch die Ergebnisse anzeigen lassen, indem ich einfach hier draufklicke. Und die Ergebnisse, die sind so lange hier abrufbar, bis, wie gesagt, die Umfrage komplett gelöscht wurde oder bis die gleiche Frage noch ein zweites Mal durchgeführt wurde, dann werden nämlich die bisherigen Ergebnisse gelöscht oder überschrieben. Wenn ihr euch die Ergebnisse irgendwie sichern wollt, Export-Button gibt es jetzt hier nicht, aber da gibt es einfach einen Screenshot, die Möglichkeit irgendwie ein Bildschirmfoto zu machen, um sich eben diese Grafik dann auch entsprechend zu sichern. Soweit von mir zum Thema Umfragen und Abfragen. Und ich hoffe, ich konnte da jetzt mal ein paar Schritte weiterhelfen. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei der Organisation und Durchführung eurer digitalen Formate. Von meiner Seite aus alles Gute, bis zum nächsten Video. Tschüss. – Sonst von嘛 – – Sonst von嘛 – T出去, bis zum nächsten Video. Tschüss. – Sonst von machen. – Sonst vonmorgen – Bis zum nächsten Mal.